Am Ende mit TSV und auch heute machen wir ein Handtuchtraining. Dafür brauchst du eher so ein Badentuch, geht aber auch ein Handtuch. Das greifst du jetzt einmal so ein bisschen überschulterbreit. Dann ziehst du nach hinten. Du stehst hüftschmal, die Füße leicht nach außen, Knie nach außen. Füße pressen fest in den Boden. Schadenbein zu Bauchlabel, zu Bauchlabel, zum Rittenpunkt. Und wir starten in der ersten Übung. Zwei mal tief das Handtuch nach unten, zwei wieder langsam hoch. Zwei tief, zwei hoch. Jetzt das Ganze nach vorne in der Brust. Zwei tief, zwei hoch. Zwei tief, zwei hoch. Wieder nach hinten, zwei tief, zwei hoch. Schau mal, dass dein Handtuch ein bisschen Zug hat, damit du das auch spürst. Zwei nach vorne, tief, hoch, hoch, tief tief. Dein Bauch ist noch fest. Zwei hoch, noch mal tief, hoch. Ab übrigens achtmal machen wir das Ganze. Tut's schon gut, Martina? Kommen wir nur noch vier. Tief, hoch. Bauch fest, Schulter hinten zusammen, hoch. Zwei tief, zwei hoch, zwei tief. Noch drei. Noch drei Minuten tief. Wir machen das auch so langsam, dass du es richtig schön spüren kannst. Denk daran, deine Füße sind immer noch fest in den Boden verankert. Dein Bauchlabel ist fest. Ich hoffe, du spürst das schon. Komm, einmal noch tief, hoch, tief, hoch, zwei hoch. Brauchst du eine Pause? Nein. Lass das den Handtuch jetzt hinter deine Brücken. Komm in einen großen Auswahlschritt. Im Auswahlschritt stellst du deinen vorderen Fuß, also deinen linken Fuß fest in den Boden. Drehst dein Knie leicht raus. Knie und Knöchel eine Höhe. Hinten Hüfte und Knie eine Höhe. Wir gehen achtmal tief nach unten. Und wieder hoch. Zwei tief, zwei hoch. Zwei tief, zwei hoch. Versuch wirklich schön festzustellen. Komm, es sind noch vier Stück. Jetzt merkst du schon deine Arme, gell? Aber den Bogen könnt ihr eher noch ein bisschen tiefer ziehen. Noch zwei Stück. Und jetzt wird es ganz schön. Halt hier unten. Und jetzt kommt die Rotation. Ausatmung zur linken Seite in die Mitte. Achtmal. Dreh zur Seite. In die Mitte. Dann schauen wir uns noch leicht zu machen. Daumen nach oben. Auch Spannung. Komm, vier Stück noch. Dann lösen wir kurz die Arme. Und lächeln. Fußwärts in den Boden. Komm, noch zwei Stück. Einer. Und einmal lösen. Kurz ausschütteln. Nach oben kommen. Dann stehen wir in großem Skull. Auch hier wieder die Knie nach außen. Scharmbein zum Bauchnabel. Bauchnabel bis zum Rippenbogen nach oben zuziehen. Unterarmgriff. Die Ellenbogen sind an der Taille. Du ziehst dein Handtuch fest auseinander. Und beim Ausatmen schiebst du dich mit der Ausatmung tiefer und entspann dich an. Halte hier. Im Level eins bleibt ihr einfach hier. Fersen auf den Boden halten. Level zwei dürft ihr schon mal langsam die Ferse nach oben nehmen. Und Level drei. Beide Ferse hoch. Und wir kommen ein bisschen tiefer hoch. Komm mit mir tief. Lächeln. Lächeln. Siehst du das Handtuch auseinander? Okay. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Locker kurz aus. Und dann weißt du schon was kommt, oder? Rechtes Bein gehen nach vorne in den Lunge. Denk wieder dran, was wir eben gesagt haben. Fußwerte Boden. Knieknöchel. Hüfte. Knie. Handtuch hinter deinen Lücken. Wieder Aufspannung. Acht Langes. Komm. Tief. Und hoch. Zwei tief. Zwei hoch. Und ich glaube dein Handtuch kannst du noch ein bisschen auseinander ziehen. Jawoll. Komm. Vier Stück. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Zwei tief. Zwei hoch. Einer mehr. Und dann darfst du unten halten und achten an die Rotation. Atme aus. Dreh. Atme ein. Atme aus. Komm. Sag nochmal deine Aufnahme fest. Für die letzten vier. Ab jetzt. Komm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Komm hoch. Entspann dich. Das Ganze darfst du jetzt so viermal wiederholen. Und dann musst du schön fährst tot für den Et accepted. ... ...